Die Lürik für alle Ben, der so wie Johannes R. Becher in jungen Jahren Expressionist war, hat sich so wie Becher auch entwickelt. Becher, dem Thomas Mann eine bis zum Leiden inbrünstige Dienstwilligkeit und ein Gemeinschaftsethos bescheinigt, wird in den 20er Jahren Kommunist. Ben, das Gegenteil. Er vereinzelt sich, wird Nachfahre Nietzsches, schreibt als 35-Jähriger im Dezember 1921, da ist er Hautarzt in Berlin, Es ist kein Leben, dies tägliche Schmieren und Spritzen und Quacksalbern und am Abend so müde sein, dass man heulen könnte. Aber wenn ich mir vorstelle, was ich machen sollte, weiß ich es auch nicht. Den Laden verkaufen und fortgehen, aber wohin? Oder eine Arbeit anfangen, ein Stück, eine Novelle? Aber wozu, für wen, worüber? Alles so erledigt, ausgepowert, abgeknabbert und schließlich kotzt man vor sich selbst. Und so schreibt er in dieser Zeit in einem Gedicht unter anderem Oh Nacht, ich nahm schon Kokain und Blutverteilung ist im Gange. Das Haar wird grau, die Jahre fliehen, ich muss, ich muss im Überschwange noch einmal vorm Vergängnis blühen. Oh Nacht, ich will ja nicht so viel, ein kleines Stück Zusammenballung, ein Abendnebel, eine Wallung von Raumverdrang, von Ich-Gefühl. Oh Nacht, ich mag dich kaum bemühen, ein kleines Stück nur, eine Spange von Ich-Gefühl, Im Überschwange noch einmal vorm Vergängnis blühen. Gottfried Benn, 1886 als Pfarrerskind geboren, hatte einen schwierigen Charakter. Er kapselte sich ab, er hasste Kinder, da sie nur Unruhe ins Leben bringen. Seine einzige Tochter sah er das erste Mal, als sie schon ein Jahr alt war. Er war pedantisch und schrieb an Thea Sternheim Ich stehe mit keinem meiner Kollegen in Verbindung. Sie sind so hundsfettisch und schreiben nichts, was mich interessieren könnte. Als Fazit meiner Existenz sage ich, dass es nichts Besseres für einen potenten Kopf gibt, als immer wieder und das ganze Leben hindurch für anröchig zu gelten. An dieselbe Thea Sternheim, die eine enge Freundin war und die er aber wie alle anderen Menschen gesiezt hat, schreibt er, Sehr verehrte, sehr verehrte, gnädige Frau, abgeneigter denn je, mich zu irgendeiner menschlichen Gemeinschaft zu bekennen, beginne ich den Winter. Dank für Ihre Invitationen, So einer wie er wird ja nicht eingeladen, er wird invitiert, aber unmöglich. Gesellige Veranstaltungen, gemeinsamer Meinungsaustausch, geben und nehmen sind mir fremd. Ihre Freunde in Ehren, aber sie sind nicht die meinen. Ihre Worte kein Gewinn und seelische Erneuerung für mich. Es zittert immer noch in mir nach, dass sie neulich, ohne es zu sagen, fremde Leute zu Abend einladen wollten. Welche Gewalt tat von ihnen? Dichter schreiben oft über andere Künstler, wobei sie nicht selten sich selber meinen. Kästner über Lessing, Brecht über Laotze, Becher über Riemenschneider und Ben über Schuppa. Nicht sehr ergiebig im Gespräch. Ansichten waren nicht seine Stärke. Ansichten reden drumherum. Wenn Delacroix Theorien entwickelte, wurde er unruhig. Schuppa seinerseits konnte die Noturnus nicht begründen. Schwacher Liebhaber. Nur ein Schatten seiner selbst, wenn Georges Sans Kinder keine erzieherischen Ratschläge von ihm annahmen. Brustkrank in jener Form mit Blutungen und Narbenbildung, die sich lange hinzieht. stiller Tod im Gegensatz zu einem mit Schmerzparoxysmen oder durch Gewehrsalven. Man rückte den Flügel von Errar an die Tür und Delfin Pototzka sang ihm in der letzten Stunde ein Feilchenlied. Dann verbrennt er seine Skizzen und Manuskripte. Er sagt zum Schluss, Meine Versuche sind nach Maßgabe dessen vollendet, was mir zu erreichen möglich war. Nie eine Oper komponiert, keine Symphonie. Nur diese tragischen Progressionen aus artistischer Überzeugung und mit einer kleinen Hand. Ich habe all diese Briefe und Gedichte bis hierhin zitiert, um ein wenig die Gründe zu erforschen, die Gottfried Benn bewogen haben könnten, den Nationalsozialisten 1933 zuzujubeln. Gottfried Benn, der Militärarzt im Ersten Weltkrieg, der spätere niedergelassene Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, der nicht von seiner Dichtkunst leben konnte, aber mit hochdosiertem Selbstbewusstsein ausgestattet war, glaubte ganz offensichtlich, dass er intellektuell gebraucht würde, dass er von den Nazis gebeten würde, den Lauf der deutschen Geschichte mitzubestimmen. Weil er war ja ein so toller Durchblicker. Das nächste Gedicht trägt zwar nicht den Titel Nietzsche, handelt aber von ihm und seinesgleichen. Der soziologische Nenner, der hinter Jahrtausenden schlief, heißt »Ein paar große Männer und die litten tief«, heißt »Ein paar schweigende Stunden in Silzmaria Wind«, »Erfüllung ist schwer von Wunden, wenn es Erfüllungen sind«, heißt »Ein paar sterbende Krieger, gequält und schattenblass, sie heute und morgen der Sieger«, »Warum erschufst du das?« und heißt dann »Schweigen und walten, wissend, dass sie zerfällt, dennoch die Schwerter halten vor die Stunde der Welt.« Doch die Faschisten wollen ihn nicht. Sie nehmen ihm seine expressionistischen Gedichte krumm, sie verübeln ihm, dass er mit der Jüdin Else Lasker Schüler Rassenschande getrieben habe und honorieren nicht, dass er schon 1933 seine rein arische Abstammung offengelegt hat, ohne dass ihn jemand dazu aufgefordert hätte. Und deshalb wollte Ben eineinhalb Jahre nach Beginn der Nazi-Herrschaft die Nazis nicht mehr. Durch die für ihn pöbelhafte Praxis des faschistischen Staates, wie er sich im sogenannten Römputsch zeigte, und aus Verärgerung über den Umstand, dass die faschistischen Machthaber sein unmissverständliches Angebot zu ideologischer und politischer Hilfeleistung zurückgewiesen hatten, trat er bei der Wehrmacht 1935 als Arzt in den Heeresdienst ein und nannte das, ich zitiere, »eine aristokratische Form der Emigration«, was immer er damit meinte. Sollte diese Sendung Diskussionen auslösen, was ich mir durchaus vorstellen könnte, so finden Sie, wie immer, meine jeweiligen Adressen eingeblendet, wobei lediglich zu bemerken wäre, und dass ich Briefe per Post nur beantworten kann, wenn ein frankierter und beschrifteter Rückumschlag beiliegt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Lutz Görner Und dann bin ich ein Wille bei Gott. Ich glaube, ich bin ein Wille bei Gott. Vielen Dank.